Auf geht's! Mein Name ist Stefan Mücke. Ich arbeite in der Passenger-Car-Development und mein Job ist es, die Fahrerassistenzsysteme zu evaluieren. Soll ich dir noch ein bisschen was über das Auto erklären, Daphne? Was willst du denn wissen? Wozu die Lichter da sind. Die Lichter. Das ist ein Auto, das kann von alleine fahren. Und deswegen hat's das Licht hier, hier vorne drin und da oben. Und damit sagt's dir, ich kann alleine fahren. Guck, da oben, das blinzelt uns zu. Und jetzt können wir über die Straße gehen. Warum blinzelt das? Damit du weißt, dass das Auto dich gesehen hat und du über die Straße gehen kannst. Das Auto kann mit dir reden. Ja, WhatsApp heißt aufpassen. Das heißt aufpassen. Das habe ich im Englischunterricht gelernt. Oh, das ist ja klasse. Die Frontgrille und die Rehrweite funktionieren wie ein sehr einfaches Weg der Fahrrad-to-Car-Kommunikation. Das Fahrrad schafft es in den direkten Umständen. Mit einfachen Messagen und Iconen. Die sind ein bisschen intuitiv. Habt ihr noch andere Lichter eingebaut? Ja, kann ich dir zeigen. Komm, wir gehen mal hinter das Auto. Oh, was ist das? Ganz kalt. Ganz glatt. Genau. Super. Siehst du, du verstehst es sofort. Ich denke, Sicherheit, insbesondere mit Automated Vehicles, ist ein sehr wichtiges Problem. Und wir sprechen über die Hoffnung in Automated Vehicles. Wir haben hier vorne nämlich auch noch welche. Hä? Wo sind die? Da ist eins. Ähm. Oh, was könnte das sein? Gehen auseinander. Und für wen? Für einen Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehrauto. In den nächsten 10 Jahren sehen wir eine mixture von völlig unterschiedlichen Vehikeln. Einige sind immer durch die Fahrräder. Einige sind automatisiert. Es werden immer Pedestrieren, Bicyclisten, jemanden, die sich um die Arbeit machen. Und sie werden alle zusammenarbeiten. Ich will Auto fahren. Hey Mercedes, fahr mich zum Benz. Ich bin bereit. So, we came up with a lot of new ideas. Some may come in the near future and the other ones are a bit further away. There's lots of opportunities to not only do something for our passengers, but also for the surroundings. können unterschiedlich. Jetzt müsst ihr eine posandliche maximale stationen? Aber will es sich wün jerbern, es Petatt erfolgreich ist.